Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Yellin Place Chemical Exchange. Ich muss immer noch ein bisschen überlegen, wie das Modpack heißt. Ich vergiss jetzt mal fast. Ich bin auch ein Hilde, ja. Ich habe letztes Mal noch ein bisschen gefischt. Genau, ich habe noch zwei Hopping One-Side-Pots fertig gemacht. Das ist unglaublich. Also ich habe die einmal laufen lassen. Also ich habe alle vier laufen lassen, aber die und die habe ich ausklärt. Ihr seht das selber. Die und die sind fast voll. Das ist unglaublich, was da zurück dabei rumkommt. Also wir haben jetzt 166.000 EMC wieder da drinnen. Und ja, wie gesagt, ich habe auch ein paar Fische noch rausgezogen. Ich habe noch ein bisschen Mobs geklatscht. Und wir haben Loot-Crates bekommen. Und ich habe mir auch noch ein bisschen Stein hergestellt. Denn ich habe gesehen, wenn man hier schaut. Zack. Wir bekommen da Zufallsfunde. Also FE haben wir ja schon. Gold haben wir noch nicht. Das haben wir glaube ich nicht. Also da brauchen wir einiges. Deswegen würde ich sagen, wir schmeißen da einfach mal ein bisschen was random rein. Und hoffen wir, dass wir... Ein bisschen Gold wäre nicht schlecht. Jawohl, wir haben ein Gold bekommen. Sehr schön. Ja, warum will ich das Gold haben? Das hat einen ganz einfachen Grund. Das wollte ich gar nicht machen. Aber jetzt können wir eigentlich wieder ein bisschen Stein herstellen. Ah, wo habe ich es denn hingeschmissen? Da. Denn, ja, es ist ein bisschen nervig. Weil die Teile hinten, die können wir nicht abschließen. Immer wenn ich Zeug raushole und wenn ich den letzten Stack raushole, dann verliert er wieder die kompletten... Dann weiß er nicht mehr, was er tut und so weiter und so fort. Das ist ein bisschen nervig. Holen wir da mal ins Deck raus und schmeißen das da mal wieder rein. Ist egal, jetzt haben wir wirklich mehr als Kind. Jetzt kann er es auch verballern. Ist mir wurscht. Genau. Und... Genau, der Key. Der hier. Den hätte ich nämlich gern. Sprich, da brauchen wir ein kleines bisschen Gold. Ja, nicht eins vielleicht, sondern mal... Bebrauchen wir gar nicht, wir brauchen wir drei Ingots. Und zwar nicht da, sondern da drüben. Unlock. Zack, genau. Dann haben wir unsere drei Ingots. Können das umcraften. Und dann können wir uns da den Key bauen. Und dann müssen wir nicht immer... Also das ist echt nervig, wenn der das jedes Mal verliert. Das habe ich nicht gecraftet, aber das ist auch kein Problem. Von Holz und Stick und was weiß ich, haben wir wirklich mehr als genug. Genau. Zweimal diesen hier und einmal diesen hier. Sehr schön. Genau. Das Ganze können wir wieder auflösen. Jawohl, da bekommen wir wieder ein kleines bisschen zurück. Schmeißen wir da rein. Das kommt da rein. Das kommt da rein. Das kommt da rein. Und jetzt kann ich die endlich einmal abschließen. Klack, 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 klack. Genau. Und dann muss ich nicht immer rumwurschteln, dass ja nicht das letzte rausgeht. Oder muss wieder einfüllen. Ah ja, wie auch immer. Genau. Dann haben wir ja noch die Quest. Wir brauchen... 18? 16? Okay, ich habe mir ein kleines bisschen vertan. Ist egal. Wir brauchen das Selenium. Oder doch Selenium. Stimmt sogar. 52. Genau. Und ich habe auch noch ein bisschen Zellulose abgeben. Jetzt haben wir zumindest wieder 5000 Coins im Shop. Da könnten wir uns theoretisch das Strontium kaufen. Ich weiß gar nicht. Brauchen wir das Strontium? Das brauchen wir sogar. Aber das haben wir schon. Wir haben doch... Hä? Bin ich doof oder was? Unlocks Strontium im Shop. Und, 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 und. Und, äh, was machen wir mit dem? Nur so eine Frage. Das brauchen wir für Strontium Carbonat. Ganz wichtig. Denn das brauchen wir für Redstone. Okay. Okay. Alles gut. Dann würde ich sagen, kaufen wir uns einfach einmal ein Strontium. Accept. Einspeichern. Haben. Sehr schön. Genau. Da können wir uns eigentlich noch ein kleines bisschen mehr Cobblestone machen. Das ist Protein. Das ist ja gar kein... Egal. Dann haben wir noch ein paar Loot Crates. Und da haben wir ja letztes Mal auch geholt. Einen Speedy Hopper. Das ist die nächste Quest. Sehr schön. Gleich haben wir uns wieder nicht abgeholt. Da bekommen wir noch ein bisschen Gras dafür. Da bekommen wir noch einen Hopping Bonsai Pot. Und Item Conduit. Hm. Einen Speedy Hopper. Okay. Als nächstes brauchen wir dann den Gold Hopper. Mich würde mal interessieren, was passiert eigentlich, wenn ich... Wenn ich das da drauf baue. Nur einmal so rein. Interesse halber. Und da packen wir jetzt den Oak Sapling rein. Zum Beispiel. Ich habe wieder zwei. Habe ich den bekommen oder was? Ähm. Gut. Da wird jetzt erst einmal gar nichts passieren, weil jetzt das Falsche drin ist. Aber soweit. Egal. Das schmeißen wir da rein. Und vielleicht wird er dann dauerhaft einfach mit Oak Wood. Also ich muss halt... Ich weiß nicht, was alles... Ja, aber was nicht brennt, schmeißt er eh nicht rein. Also alles gut. Sehr schön. Noch ein Speedy Hopper. Charcoal Junk. 250 Coins. Genau, die bekommen wir. Xen. Nice. 1000 Coins. Ja, krass. Da bekommen wir ja richtig Zeuge. Okay, also ich sehe schon kommen, wir müssen uns dringend um eine vernünftige Mob Farm kümmern. Okay, das ist noch drinnen. Ja, ich habe keine Lust mehr, das alles per Hand abzuklatschen. Haben wir zwar schon einiges bekommen, aber ja, da müssen wir dringend schauen. Dann ist die Frage, was soll man denn alles machen? Wir haben noch Calcium. Wir haben noch Phosphorus. Strontium. Wir brauchen 16 Strontium. Das ist weniger das Problem. Genau, das können wir einfach abgeben. Jawohl, und dann ist die nächste Quest auch schon Redstone herzustellen. Und Redstone machen wir mit SRCO3 und FeO3. Eieiei. CO3. Würde ich sagen, dann stellen wir uns einfach mal ein kleines bisschen her. Ja, ich denke, wir machen heute mal noch ein kleines bisschen Questbook. Jawohl, das ist richtig. Und dann können wir in der nächsten Folge, dann denke ich, haben wir genügend vorbereitet, dass wir endlich mal vernünftige Mobform aufbauen können. Schauen wir noch mal. Und das Ganze jetzt mit SR kombinieren. Jawohl, soweit. Unlock, zack. Das war definitiv falsch. Ich muss da immer locken. Nein, pausieren. Locken. Resümieren. So funktioniert das Ganze. Okay, da haben wir schon mal 16 davon. Ich weiß nicht, vielleicht sollte man gleich ein kleines bisschen mehr herstellen. Kann definitiv nicht schaden. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel wir da brauchen. Von dem Zeug hier. 1 zu 1. Okay, und jetzt brauchen wir noch Fe2O3. Fe2O3. Also zwei Stacks Fe, 3 Stacks. Oh. Pausieren, anlocken, reinschmeißen, locken, resümieren. Ganz schön aufwendig. Und ich habe gesehen, zum Thema Automatisieren, da müssen wir jetzt mal schauen, ich habe nämlich keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, stimmt so nicht. Na, geht das jetzt bitte? Genau, da machen wir uns noch mal ein bisschen Redstone. Die, 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 die Teile hier. Weil da müsste man eventuell mehrere Hintern anschalten, damit das wirklich geil funktioniert. Also, wir werden bestimmt noch andere Möglichkeiten finden, hier kann man es nicht leisten. Den Combiner zum Beispiel, den können wir nämlich nur kaufen. Wir bekommen den einmal und dann können wir den nur kaufen. Wir können uns den quasi nicht craften, da gibt es kein Crafting Rezept. Das ist auch interessant. Pausieren, anlocken, muss ich mal merken. Jawohl, und dann haben wir schon das Redstone fertig. Sehr schön. Wieder 250 Money. Und dann können wir mal schauen, was wir noch alles weiteres brauchen. Wir brauchen Chromium, aber ich weiß gar nicht. Und Emeralds, Emeralds haben wir natürlich nicht. Chromium Inget auch nicht. Potassium, Dichromat und Chromium Oxide. Aus Lime-Dye, da bräuchte man Kaktusgrün. Hm. Und das Zweite war Orangenen Farbstoff. Den können wir machen. Den können wir machen. Und jetzt weiß ich auch, was gemeint war mit, ja, vielleicht ein kleines bisschen mehr, mit Wir brauchen Blumen. Genau, wir brauchen einmal eine gelbe Blume. Weiß gar nicht, die geben Weiß? Nein, weiß nicht, die geben Grau. Grau müsste das sein. Jetzt wäre es natürlich schön, wenn wir eine Poppy bekommen könnten. Jawohl, und da haben wir die Poppy. Genau, da können wir uns nämlich roten, genau, dann haben wir roten, Orangen und gelben Farbstoff. Na, da bekommen wir nur eins raus. Aber ich brauche schon orange. Ich bin schon wieder komplett durch. Da würden wir das LED rausbekommen. Hm. Und da bekommen wir das Chromium. Jetzt haben wir die zwei schon. Dann denke ich, machen wir auch das so. Genau, das können wir da reinschmeißen. Brauchen wir das, können wir alles reinschmeißen. Alles rein damit. Genau, und die restlichen Farbstoffe, die kann ich ja dann auch offscreen, denke ich, einmal zusammen mischen. Ist jetzt nichts allzu spannendes. Wie funktioniert jetzt das? Gar nicht. Aber es läuft immer voll. Also, scheint zu funktionieren. Okay, ich verliere ein kleines bisschen was. Aber ich denke, wenn der Baum ausgewachsen ist und da Holz rauskommt, dann sollte das, jetzt wird er gleich abgebaut. Na, oder auch nicht. Vielleicht dauert es eine halbe Stunde. Ei, ei, ei. Na komm schon. Wie groß willst du noch werden? Jawohl, 30 mit Grünfinity. Es funktioniert. Es funktioniert für den Anfang alles gut. Soweit, so schön. Genau, dann haben wir das. Blei können wir ja von dem, genau da habe ich ja gedacht, wir müssen das von der Music. Nein, wir können das einfach von dem gelben Farbstoff bekommen. Wie gesagt, das mache ich dann offscreen. Das ist weniger das Problem. Was interessant wäre, ist auf jeden Fall mal die Iron Spikes. Dass wir die Quest dann mal abschließen. Genau, da brauchen wir eigentlich nur massenhaft Eisen. Massenhaft Eisen und zwar da drinnen. Lock, Resume. Genau, alles rein damit. Jetzt haben wir schon mal 24 Eisen. Und jetzt müssen wir nur noch schauen, wie craftet man denn das Teil. Ah, komm her. Iron Spikes einspeichern. Okay, also schon mal drei Eisenschwerter. Und, was war das zweite? Ich kann da drinnen. Klick schon wieder überall ganz wild rum. Ein Eisenblock. Jawohl, und dann haben wir die Quest auch schon wieder. Naja, das funktioniert nicht, so wie ich das wollte. Genau, dann haben wir die Quest auch schon wieder abgeschlossen. die Frage ist, will also drop Mops Experience. Aber sind keine Player Kills. Verhindert die Teleportation? Das ist nice. Das ist nice. Das ist eine schöne Sache. Dann können wir eigentlich, ja, ist nur die Frage, wenn ich das jetzt so rüber ballert da. und das, hallo? Gehst du bitte wieder weg? Dankeschön. Und das jetzt da so herbau. Werden die dann da reingeschoben? Ja, aber es bringt uns alles nichts. Nein, das bringt uns nichts, weil, äh, wir sammeln ja nichts auf davon. Also, da muss ich erst einmal schauen, dass wir da irgendwie, äh, eine Sammlung bekommen, die teleportieren sich eh nicht weg. Alles gut soweit. Aber wir haben schon wieder die nächsten, ähm, Grund, Zutaten, würde ich zum Beispiel sagen, für vernünftige Mobform. Genau, und die Quest Chest. Ja, das habe ich gar nicht gecheckt. Ähm, ein Chest ist kein Problem, Questbook ist auch kein Problem. Wir brauchen einfach nur Paper. Paper bekommen wir aus Sugarcane. Und Sugarcane ist einfach nur Zellulose und Sucrose. Und das ist nichts anderes als, wo haben wir es denn? Ähm, ich nehme jetzt einfach mal sechs Stück raus, das wäre schon reichen. Das ist nichts anderes als, wie ein Apfel drin ist. Genau, also da ist ganz genau das gleiche drinnen. Wir gehen hier, habe ich es jetzt wieder nicht eingespeichert. Kann da drauf gehen. Ha! Wir gehen einfach da drauf. Genau, dann holen wir uns da, ziehen wir uns da das Sugarcane raus, machen wir uns aus dem Sugarcane, machen wir uns Paper. Wir brauchen drei Stück. Die Frage ist, was ergibt Zucker? Auch Zuckrose. Okay, dann können wir Papier auch draus machen. Alles gut. Und ein Lederbrauch ist die Frage, wie macht man Leder? Leder ist nichts anderes als Protein. Und Protein ist, ähm, glaube Rottenflash. Ja, Rottenflash, genau. Sprich, da ziehen wir uns da einfach mal drei, vier Stück raus, schmeißen die da rein, haben das Protein, können das da rein machen. Leder. Zack. Ja, können wir gleich ein bisschen mehr machen. Genau, dann haben wir Leder, wir haben Paper und dann haben wir unser Buch schon fertig. Dann noch mit dem Stein kombinieren. Ein Stein haben wir ja sowieso aufgehoben. Nicht mit dem Leder, sondern mit dem Buch. Genau, dann haben wir das Questbook. Kann der das nicht speichern da drin? Das ist echt nervig. Das ist echt nervig. Keine Ahnung, ich finde es gerade nicht. Wahrscheinlich habe ich keins mehr drinnen. Jawohl, und wir haben die Questchest. Und da ist jetzt die große Frage, ich pflanze es jetzt einfach mal daher. Jawohl, ich kann da die Zellulose einfach reinballern. Ich muss das nicht mehr einzeln abgeben. Das war ein bisschen nervig. Wirklich einzeln. Ich hätte das Questbook nicht gebraucht. Ach, Menuh. Egal, dann haben wir eins zur Reserve. Aber das bedeutet, ich muss die Zellulose nicht mehr einzeln im Shop abgeben, sondern ich kann das Ganze da reinschmeißen. Ziehen wir das fertig raus und schmeißen es dann einfach in die Kiste rein. Jawohl, und dann bekommen wir die Kohle. Sehr schön. Geht deutlich leichter. Und theoretisch, das kann man auch schon wieder automatisieren. Es gibt viele Möglichkeiten. Wir haben einen kurzen Tipp bekommen. Muss ich erst einmal kurz probieren. Also, ich habe es nicht vergessen, bloß heute komme ich nicht mehr dazu. Das schauen wir uns dann definitiv in der nächsten Folge an. Danke auf jeden Fall für eure Tipps. Und wie gesagt, das Automatisieren wird sowieso nur interessant. Also, da werden wir uns noch bestimmt einige Mittel und Wege einfallen lassen, wie wir das Ganze machen können. Ich bin auf jeden Fall gespannt drauf. Bekommen wir wieder 500 Money. Sehr schön. Den Liquifier sollen wir craften. Ja, okay, der ist ja ganz easy. Da haben wir sechs davon und ein bisschen Eisen. Den machen wir doch einfach mal kurz. Ich habe schon wieder nicht eingespeichert. Nein, habe ich gar nicht. Alles gut soweit. Genau, und dann haben wir den Liquifier. Der macht uns jetzt, ja, ich glaube, im Questbuch steht es sogar drin. wird benutzt, um Elemente zu verflüssigen. In Flüssigkeiten. Wäre jetzt gedacht. Genau, den müssen wir jetzt allerdings leider da herstellen. Es hilft jetzt nichts anderes. Und den Tank müssen wir hmm, na, der stirbt mich da. Der kommt da hin, wenn wir ihn brauchen. Die Frage ist, brauchen wir den gleich? Ja, den brauchen wir denn. Wir brauchen Lava. Und zwar machen wir den, indem wir Phosphorus in den Liquifier reinschmeißen. Nether is disabled. Da wird es einem wenigstens gesagt, das ist schon mal sehr schön. dann ist die Frage, wie viel brauchen wir da? Schauen wir vielleicht nach. Genau, das habe ich jetzt eingespeichert. Mit der Taste A geht das übrigens. Was? Denken wir schon, ein Phosphorus, ergibt doch nicht ein Lava Bucket. Nein, wir brauchen ähm, 2, 8, kann es sein? Schon wieder komplett Brain AFK. Okay, und das braucht einiges an Energie. Ja, machen wir uns einen zweiten Eimer. Kostet ja nichts. Eigentlich kostet schon was, aber jetzt haben wir noch über 100.000, so gut so weit. Jawohl, okay, dann warten wir das einfach mal kurz ab und währenddessen können wir ja schon mal schauen, was wir noch alles zu tun haben. Das ist kein Problem. Ja, die Goldteile, Speedy Hopper 2, brauchen wir wahrscheinlich einfach nur Gold und den, ähm, wie viel waren jetzt das? Ich habe schon wieder verplant. Zack, machen wir uns einfach mal ein kleines bisschen. da brauchen wir noch mehr. Wir brauchen ja noch mehr, weil wir ja zwei Teile machen müssen. Genau, jetzt soll es aber definitiv ausreichen. Wir holen uns einmal einen Speedy Hopper raus und den bauen wir uns auch noch mal kurz ab. Ah, goldische Taste gedrückt. Genau, haben wir einmal den Gold Furnace und einmal den Gold Hopper. Geht es auch noch weiter? weiter? Uff, da wird es aber schon langsam teuer. Da brauchen wir sehr, 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 sehr viel Kohlenstoff. Ich würde sagen, das sparen wir uns jetzt noch mal kurz. die Gäste wird auch schon langsam voll. Was mache ich mit dem ganzen Protein? Hm, gute Frage. Ja, ja, irgendwie ist es leider doch nicht ganz so schnell. also auf Dauer ist es vielleicht keine vernünftige Lösung. Ich gebe ihm da mal einen kleinen Schubs. Genau, und jetzt sollte das Ganze, ja, jetzt geht es deutlich schneller. Das macht schon ein ganz anderes Bild als vorher. Und dann können wir uns da unseren ersten Lava Bucket rausziehen. Jawohl, Hot Stuff, Cobblestone Generator. Das macht Sinn. Das macht sogar sehr viel Sinn. Da brauchen wir allerdings ein Glas. Wie bekommen wir denn? Ja, so wollte ich es machen. Nein, so wollte ich es machen. Genau, wie bekommen wir den Glas? Ah, ich hasse das. Ich hasse das. Ich weiß nicht, warum man, ach, egal. Egal. Wir brauchen Sand. Und wie bekommen wir Sand? Ja, World Transmutation haben wir noch nicht. Silicon Dioxide vier Stück rechts. Vier Stück brauchen wir da gleich. Das ist ganz schön teuer. Silicon Dioxide. Wieso nehme ich jetzt schon wieder zu viel raus? Ich weiß es nicht. Genau, dann machen wir uns einfach mal eine kleine Portion. Denn Glas werden wir definitiv noch öfters einmal brauchen. Genau, und da schmeißen wir jetzt ein Stück rein. Ich sollte vielleicht nicht immer, doch, die Kohle ist da perfekt, weil da kann man auch einzelne Items durchballern. rein damit. Genau, dann haben wir das eine Glas. Wir brauchen noch sechs Cobblestone, den Lava und den Water Bucket. Und dann können wir uns auch schon den Cobblestone Generator craften. Genau, und jetzt haben wir unendlich Cobblestone. Da wäre es aber vielleicht intelligent, wenn wir uns nochmal so ein Drawer machen, dass wir da gleich eine größere Menge bekommen. Wäre auch schön, wenn der das, wenn der Crafting Table das von da drüben einfach nehmen könnte. Schmeißen wir jetzt einfach mal da drüben her. Keine Ahnung, wieso, dass ich das jetzt mit der Pickaxe abbaut habe. Wir haben es trotzdem geschafft. Alles gut. Genau, und jetzt haben wir unendlich Cobblestone. Das ist schon mal einiges wert. Wir könnten da nochmal ein kleines bisschen Lava brauchen wir eigentlich gar nicht. Na, dann würde ich das jetzt so lassen. Da machen wir jetzt gar kein Lava Bucket mehr. Wir machen den Cobblestone Generator. Schließen wir ab. Was haben wir jetzt bekommen? Kohle, okay. Den Lava Bucket. Item Nullifier, okay, Mülltonne. Right Click, Obsidian mit diesem Item Instant Harvest. Also man kann es sofort abbauen. Das ist auch nice. Das ist eine geniale Sache. Aber das geht nur mit Obsidian, gell? Das wird mit diesem Zeug nicht funktionieren. Nein, geht leider nicht. Aber Obsidian haben wir momentan eh keinen. Jetzt ist mir eine Kiste voll. Dann müssen wir da ein kleines bisschen dran bauen. Jawohl, und damit würde ich sagen, haben wir heute auch schon wieder einiges geschafft. Das war es dann leider auch schon wieder für heute. Wie gesagt, in der nächsten Folge werden wir uns dann einmal um eine vernünftige Mob-Farm kümmern. Ja, eigentlich wollte ich jetzt noch ein kleines bisschen was vorbereiten, was wir so brauchen an Items, aber ich denke, das machen wir einfach nächste Folge. Ich habe mich auf jeden Fall gefreut, dass du wieder mit dabei warst. Wie immer der Wunsch, bitte gerne abonnieren, wie wir hat und kommentieren und dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und sage bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.